Ich müsste man für Kommande doch gar nicht so viel rendern. Mein Computer ist aber am Arbeiten, wie blöd. Bulletpoint.net G, G, C Permanent Bands Nee, Punkbuster Bands Battlefield 4 DB Meta Bands Enabled Aha Ah, da geht's los. Läuft noch gar nichts, oder wie? Verstanden, Action. Techops ist bereit. Sie haben Freigabe vorzufahren. Habe verstanden. Warten Sie. Okay. Laufen die gleich durch? Ja, laufen gleich durch. Dann haue ich gleich hier mal die EMP-Drohne rein. Und setze gleich mal den gegnerischen Commander außer Kraft. Der ja gar nicht da ist. Interessant, damit irgendwie niemand Commander spielt. Die sehen ganz gut aus, für meinen Geschmack. Oh, hohe Gegner-Konzentration. Wie sieht mein Team aus? Noops, 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 noops. Gegner sind ein paar Pros drin. Aber die macht sich gut schaffen. Ja gut, die kumulieren jetzt alle an diesem Punkt. Was ist das? Ist das ein Ein-Mann-Squad oder so? A, B Jo, hier ist erst mal in die Gelände. Ist hier irgendein Squad? Kann ich nicht irgendeinem Squad befehlen? Da, hier, da sind noch ein paar Manageken drin. Geht doch mal hier hin, bitte. Und ihr auch. Geht doch mal hier hin. Sieht nämlich gerade ganz unangenehm aus. Fallback, fallback. Da ist... Nope, da sieht nicht gut aus. Nope. Nope. Die haben fast das ganze Team ausgelöscht. Meine Fresse, ey. Fallback. Nehmt Petro und er lädt noch auf. Nein, nicht hier oben. Hier unten. Da, hier. Das hier sollt ihr. Und B. Ja, das B-Squad soll sich auch hier drum kümmern. Und... Sollen die mal hier nix sehen? Ich weiß nicht, habe ich den gerade eben erschlagen? Die können meinetwegen befördert werden. Schnellere Respawn habe ich erst gar nicht. Genau, U-Caf Drohne. Die wird hier hinten gebraucht. Kümmeret ihr euch mal da drum? Habe ich noch einen Squad hier unten? Und es gehört gar kein Punkt. Okay. Dass die Gegner, die hier sind, wenigstens nicht sehen können. Okay, hier war einer, der wäre fast markiert als MVP oder so. Verdammt. Einfach mal markieren. Okay, die ist ordentlich schnell unterwegs. Ähm. Die halten sich auch an guten Positionen. Das kostet jetzt natürlich ziemlich viel, damit die schnell respawnen können. Befördert. Zu denen sage ich jetzt einfach mal, die sollen genau hier bleiben. Dem Squad sage ich, die sollen sich genau hier oben. Gegnerischer Commander. Nein. Das sind, die sollen sich um hier draußen kümmern. Hier mache ich einen Abwurf. Genau, die kümmern sich da drum. So. Sehr schön. Was machen die? Deren Ziel ist es, hier draußen zu arbeiten. Irgendwie hilft es nicht weiter. EMP-Drohne. Proxy. Einfach weil es geht. EMP-Hilfe. Aufgerüstet. Most Dangerous Player. Ihr kriegt einfach mal das. Ja, der hat sich zu weit reingewagt. Ja. Der wurde niedergeballert. Genau. Vote next map. Wie ist das? Ja, gut. Das ist schon so gut wie verloren. Das kann man jetzt schon sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich denen sagen soll, dass sie auch noch draußen was machen sollen. Im Petron dauert noch etwas. Na, der wurde niedergeballert. Schade. Drohne läuft noch. So. So. Unsere Drohne lädt sich auf. Dann kann ich das hier am Laufen lassen. Weil die haben jetzt hier zwar schöne Multiplayer-Action, aber... viel machen kann ich nicht. Ich kann hier hinten wieder so einen Drop hinmachen. Die halten hier die Position. Reinhauen. Schneller Wiedereinstieg. Beförderung. Noch irgendein Squat. Schneller Wiedereinstieg. Das holen wir jetzt einfach mal raus. Wo habe ich dich hier eigentlich hingeschickt? Ja, die kämpfen sich immer noch hier durch. Die kriegen da hinten wieder den Drop. Nein! Okay, kann ich irgendjemand, der hier vorrückt? Ja, kann man befördern. Wird befördert. EMP-Drohne. Die kämpfen sich hier durch. Werden befördert. Die kriegen das jetzt einfach als Ziel. Die haben das schon. Die kriegen das jetzt auch als Ziel. Die kriegen das jetzt auch als Ziel. Das ist einfacher zu managen. Wer ist hier gut dabei? Der ist gut dabei. Einfach raushauen. Schneller Wiedereintritt. Da kriegen wir einen schönen Push hin. Irgendjemand hier draußen? Ja, hier draußen. Da wird befördert. Wahrscheinlich schon so gut wie tot. Dangerous Player oder so. Kann ich hier oben? Ja, mache ich einfach mal einen Drop-In. Ja, hol dir das da. Warum nicht? Du, hol dir das da. Und hier darf der Gegner einfach nichts sehen. Okay, 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 okay. Was kriegt der? Keine Ahnung. Der kämpft sich hier durch die Gänge. Dafür, dass er sich so vorkämpft, kriegt er schnelleren Wiedereinstieg. Das ist eher so Camper. So, EMP-Drohne braucht noch etwas. Die verschanzen sich hier. Die kriegen einen Drop. Proxy-Angriff, weil ich's kann. EMP-Drohne, weil ich's kann. Befördern. Jetzt hauen wir einfach die Punkte raus. Schnellerer Beitritt. So, alles rausgehauen. Schnellerer Beitritt. Du, was machst du? Ja, du lässt dich erstmal abballern. EMP-Drohne lädt auf. Keine Ahnung. Okay, befördern. Ihr seht erstmal nix. Die sind noch innerhalb der Reichweite. Befördern. Raushauen, was rauszuhauen geht. Du wirst jetzt einfach mal gefährlich. Weil ich sage. Befördert. Was macht ihr hier draußen? Okay, hier unten gibt's nen... Scheiße, ich hab grad kein Drop parat. Shit. EMP-Drohne lädt auch noch auf. Okay. Die machen sich da unten auch gut. Gebe ich jetzt einfach mal die Punkte aus. Die machen sich auch ganz gut. Aber ohne UAV geht hier gar nichts. Das ist eigentlich was kann. Wo bist du? Vor allem ein Squad, das gerade nicht ewig... ...tot ist. Beta. Charlie. Delta. Die Jungs, die haben jetzt einfach mal verdient. So. Und ihr seht jetzt auch mal nix mehr. Ich hab jetzt leider keinen Commander draußen. Darn-Drop würde überhaupt nichts bringen. Kein anderer Beitritt bringt eigentlich jedem was. EMP-Drohne lädt noch auf. Ja. Ne, wir brauchen das definitiv hier. Dafür kriegt ihr auch was. Ich schmeiß hier hinten was hin. Und hier eine Beförderung. Kann ich die befördern? Noch nicht. Dazu fehlen mir die Punkte. Hier fehlt UAV. Hier fehlt eine Spam-Drohne. Wird nochmal befördert. Hm. Cool. Kann ich dem irgendwie helfen? Äh, ich kann hierhin... ...kann ich was droppen lassen. Lädt wieder auf und wieder da. Die hat verloren. Die ist shut the fuck up. Ich hab mich auf den Chat geachtet. Pyrobomil. Was hab ich gekriegt? 7.000 wie üblich. Und noch ein paar Commander. Surveillance. Surveillance. Blablabla. Also das ist pro Runde kontinuierlich 7.000. Finde ich jetzt nicht so arg schlecht. Ähm. Ja. Um es ist nicht zu anstrengend. Ich mach mal eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Vielen Dank.